Meiner Meinung von Hoffenheim, nein, ich bin kein Fan von Hoffenheim, von Gerell mag ich diesen Verein nicht, wegen viel Dummheiten gebaut hat. Klar, Geld ist ein großer Unterschied, aber Gegengrad von Hoffenheim kann gerne spenden, von dritten Liga, vierte Liga, fünfte Liga, sechste Liga. Liga 3 und Regionalliga kann gerne spenden, von DSG Hoffenheim, der mehr Geld hat, von sowas, kann gerne spenden, von sowas. Aber kein irgendein Scheiß von anderen spenden, reicher wird, reicher wird. Ich finde, von Regionalliga und Amateurgift von der Gerell, aber von sowas, von Hoffenheim, kann gerne spenden, von dritten Liga und Regionalliga. Bonn Beispiel oder kleinere Vereinsbeispiel. Aber von dieser Sache, was Hoffenheim gängt, wo ist eure wahre Fans hin? Das möchte ich gerne wissen, wo, wo ist eure richtige Fans? Auf diesem Verein, ich bin sprachlos, Elefant in den Raum steht. Ich bin von Hoffenheim, der soll wieder absteigen. Soll Angelkraft selber hoch machen, von Bundesliga, selbst sparen, ohne diese Konsorten und sowas alles. Chef, vom Trainerchef selber sparen und seinen Vorstand auch von sparen und von sowas, wenn das nicht klappt ist, Absteigen oder Punktabzug oder am besten drei Punkte. Diese Sache, was ich meine. Ich wünsche euch, dass keine Kinder, das reinkommt von Hoffenheim, von Fans wird. Hoffe ich nicht. Ich hoffe, ich auch nicht von Erwachsener ist. Von DSG Hoffenheim. Dieser Klub, das kann gerne runter. Auf den Daumen runter. Das und sowas ist. Und bitte von diesem Verein, Regionalliga, Liga 4, das soll genau dahin absteigen. Und selbst von seiner Kraft ohne diese Konsorten zu tun ist. Oder Vorstand von sowas ist. Vorstand soll selbst sparen und Geld von sowas. Das kriegt auch Kaisersau dann hin. Ist jetzt zweite Liga. Selbst von anderen Kraft hoch gearbeitet hat. Aber egal, schweife ich gerade ab. Von Hoffenheim. Hoffenheim, das soll erstmal absteigen zur vierten Liga. Einer Kraft selber hoch machen. Von Vorstand. Vorstand soll selber Kraft nehmen und selber aufsteigen. Ohne Konsequenzen oder sonst was alles. Von Vorstand. Von Vorstand. Von Vorstand. Von Vorstand. Von Vorstand. Von Vorstand.